Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Edles Weib. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben, mit dem Exit zusammen. Ballzeit! So, wir sind heute seit langem mal wieder bei Einfach Bauer, meine Lieben. Da war mal länger nicht gewesen. Oh, das Abo ausgenauft oder was? Habe ich nicht bezahlt letzten Monat. Auf jeden Fall. Schaut gerne vorbei. 75.000 Abos haben die schon. Ja, meine Güte, ey. Da geht's gut voran. Geht's langsam auf die 100.000 zu hier. Wir schauen heute zwei Videos. Und zwar, wir schauen Bauer und Lehrling beim Anhängen. Das haben wir nämlich total verpasst. Das haben wir noch überhaupt gar nicht gesehen. Das kam am 11.07. Aber weil das nur so kurz ist, schauen wir noch GPS 2.0. Also heute zwei Videos einfach Bauer in einem Video bei uns. Bin ich sehr gespannt. Lasst ein Däumchen da, lasst doch Edles Weib gerne ein Däumchen da und ein Abo, würde man sehr freuen. Auf geht's. So, hast du mal die Deichs in Höhe gebracht. Aha. Ist doch die Deichs in Höhe, oder? Das ist die Deichs in Höhe, klar. Bauer und Lehrling beim Anhängen. Ach so. Geht das höher. Ah. Ja. Das macht Sinn. Wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus. So aber nicht. Man muss ihn auch treffen. Ja, abrutsch doch nochmal. Ja, da muss man, das stimmt. Ist der Stift runtergegangen. Das ist das, ey, das fühle ich aber auch. Sag mal, trainiert er wieder? Sieht so aus, ne? War mit drin, Alter, leck mich am Arsch. Da ist es aber wieder hier so die Sommerfigur bekommen. Ja. Ah, jetzt. Nee. Ja, moin. Ah, wie auf die? Schnell, felsen rum und rein. Wo ist der Lehrling, wenn man den mal braucht? Ja. Ist da. Aber bringt sowieso nichts. Der kann ja auch nicht besser Trecker fahren. Einen Tag später. Jetzt bin ich gespannt. So, und jetzt langsam zurück. Ja, ja, jetzt spiele ich. Ja, sag mal, jetzt bald. Ich krieg lange Arme. Ich will auch keine karten Füße haben. Ja, sorry. Fahr jetzt vorsichtig. Mach doch mal den Gangreifer, doch ich nochmal hol. Ach so. Deibel nochmal. Kannst du überhaupt nicht mehr fahren? Also erklärt hast du mir das noch nie. Ja, sowas muss man nicht erklären. Sowas kann man. Ja. Das sind ja so die Standardsprüche, die du so eins zu eins nachsprechen kannst, gell? Oh ja. Vom Alten. Vom Alten quasi aus der Kuschhose. Ach, das scheint nicht. Doch, weiß ich. Nein, ich mein Können. Weiß ich. Du kannst mich mal. Kann ich nicht. Ich sag dir, was du kannst. Weiß ich nicht. Aber bist du vorher schon mal Trecker gefahren? Ja. Wie, nur ja oder? Ja, bin ich. Lehrling, mir reicht das gleich mit dir. Was ist denn jetzt schon wieder? Was kannst du überhaupt? Eine Menge. Aber nichts. Richtig. Ja, du kannst ja nicht mal gescheit rückwärts. Guck doch mal die Arme an. Die sind stabil, Junge. Die sind stabil. Was sind das für Ballons, Alter? Eieieiei. Das ist doch eine 50. Hä? Das ist doch, das sehe ich doch eine 50. Ach, spannend. Kein Grund, sich aufzubringen. Die Zeit heilt alle Wunden. Bist der Bauer wieder sauer? Meint der Lehrling, er wäre schlauer. Ist der Lehrling doch mal schlauer? Stört es ihn, den einfach Bauer? Los, runter da. Ich fahre jetzt. Ich glaube, ich allein schon viel besser. Ja, das will ich sehen. Was war das? Nichts. Was war das? Nichts. Kennt ihr diese Situation? Falls ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so für Situationen schon alles erlebt habt. Egal ob beim Anhängen, mit dem Lehrling oder, oder, oder. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, Daumen dalassen, teilen und natürlich Abo. Nieren. Euch jetzt einen schönen Sonntag. Und wenn ihr wollt, schaut doch mal hier im Shop bei einfach Bauer vorbei. Ciao. Sehr cool. Sehr geil. Sehr cool. Es ist halt, ich sag mal, es ist halt mega viel Potenzial bei solchen Videos. Du kannst halt sehr, sehr viel machen. Ja. Sehr, sehr viel verschiedene Sachen machen. Ach ja, guck. Aber es war ein schöner Schlaufer. Ja. GBS Next Level. Uha. Gespannt. Hä? Ach so. Lol. Jetzt verstehe ich's hast. Och nee. Ist das geil. Ist das geil. Lehrling. Oh. Kann der nicht einpünktlich sein? Wo steckt der? Sag mal. Drei Viertelstunde zu spät. Ich fass es nicht. Wo steckt der? Verdammt nochmal. Wo steckt der Lehrling? Wo? Mann. Ständig ist er weg. Och, der hat aber übrigens schon einen Treffer gehabt. Da ist er. Ja. Oh oh. Nicht gut. Alles Schlimmes. Nicht gut. Ich weiß ja nicht so richtig, welche Richtung es geht. Wir haben GPS 1 nicht geguckt. Ja, wahrscheinlich nicht. Wo ist der? Der war doch gerade noch da. Oh no. Ist aber auch ein gewagter Dreh. Definitiv. Definitiv. Du musst schnell sein. Ja, weil wenn der abhaut, kann auch viel schief gehen. Dieser Erding baut mir alle Träger um. Wo ist der? Verdammt nochmal. Das sah gut aus. Das war witzig. Er hat zwar drin gesessen, man hat es gesehen. Ja, aber trotzdem. Ist ja gut aus. Ja. Ich fass es nicht. Jetzt hat er in den 866... Guck mal hier. Wo ist der Lehrling? Den schnapp ich mir. Den schnapp ich mir. LOL. Wie geil. Hast du es gesehen? Ja. Hast du es gesehen? Dann bin ich auch vorbeigefahren. Nee, warte. Guck mal auf das Fenster. Oder? Das Fenster hier. Ganz links. Ja, ich gucke. Der Lehrling. Den schnapp ich dir. Da kam er angerannt. Ist der reingehört. Den schnapp ich mir. Lehrling. Das ist immer gut. Ich finde es aber auch geil. Falls die Jungs das gesehen haben, finde ich es geil, dass sie es drinnen gelassen haben. Wo bist du gewesen? Ich? Ja, sag mal. Hast du jetzt auch etwa GPS auf den 856 gebaut? Ja. Warum das denn? Damit ich nichts mehr machen muss. Das war's. Ist das geil. Du bist so eine faule Sau. Los, schnapp dir einen Besen und feg dir den Hof. Brauch ich doch gar nicht. Warum das nicht? Guck doch. Unfassbar. Unfassbar. Ja, ist nicht schlecht. Unfassbar. Das gibt's doch wohl nicht. Du bist ja auch für nichts zu schade. Ich bin halt einfach clever. Ja, da guckst du, ne? Also, was soll ich jetzt noch machen? Die Gerste ist ab. Du kannst das Feld grubbern. Ach, perfekt. Fahre jetzt? Fahr grubbern. Ja. Steh hier nicht rum. Mach was. Brauche ich doch nicht. Als wäre der Case grubbern oder was? Jawohl. Ist das geil. Ist das geil. Lehrling. Ach ja, I take's. Na, ist bei der Ecke. Kommt da an gerade? Hier. Herrlich. Herrlich. Ja, da war er. Kannst du vergessen. Hey. Hey, wir sehen dich. Weißt du, wir haben dich gesehen. Die in den Kopf und die Füße. Ich liebe Outtakes. Ja. Habt ihr auch einen Trecker mit GPS? Eventuell so einen alten Trecker wie unseren 423? Dann haut es in die Kommentare. Wir warten und freuen uns drauf. Genau. Und schaut mal bei uns im Shop vorbei. www.einfachbauer.de Und jetzt noch schnell den Trecker-Sprit kaufen, weil der ist noch bis Ende Juli im Angebot. Euch einen schönen Sonntag. Sonntag. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Ich finde es auch immer wieder lustig und amüsant mit den Jungs. Also muss man wirklich sagen. Klasse, klasse. Habt ihr gut gemacht. In diesem Sinne, Leute, lasst gerne das Däumchen da. Wir würden uns echt freuen. Und ja, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss. Und ciao. Ciao.